Was ist, Blader? Haben wir schon Hunger? Träumen schon? Hast du Fantasien von der Cafeterie, oder was? Hör auf zum Fantasieren und zur Tür brauchst du auch nicht zu schirren gehen, weil die Mama und der Papa, die werden dir nicht helfen. Weil jetzt bist du beim Teufel in der Klasse und so bist du zur Matura. Mein Name ist für dich sowieso irrelevant, weil ich bin der schlimmste Albtraum. Ja, Kollege? Grüß Gott, Herr Irrelevant. Ah, Mann, Frechling in der ersten Reihe, wie heißt denn du? Du zahmgehautes Drun, du. Ferdinand. Ferdinand ging geschissen. Für mich bleibt es der Eierschädel. Bis zur Matura bist du der Eierschädel. Wenn ich Eierschädel sage, sagst du ab. Okay. Eierschädel? Ab. Richtig. Ja, sehr schön. Und wenn ich so auf meine Rolex schaue, schau hin, sowas wirst du nie sehen, du kleiner Voll. Schau hin. Ja, reicht auch schon wieder. Vokabeltest steht an, überraschungsmäßig. Für dich, gib her die Glasl. Nein. Nein, nicht. Nein, nicht, Reifield. Die Mama hat dir geschenkt. Schau aus wie von deiner Großmutter. Ach so? Das ist neu. Das ist neu? Ja. Haben sie dir eine gekriegt, oder was? Und das Neue ist, möchte ich nicht einmal wissen, wo du wohnst, du Kibbel. So, bock aus, der Heftl. Das ist überhaupt der Saustür, den rammst man zusammen. Und für alle anderen da hinten, der gehört gemobbt.